ich bin noch nicht gut und die in anführungszeichen neue map die neue map also die neueste map es gibt mehrere also insgesamt oder südosten wo wollt ihr hin immer schon mal meine wohlfax wieder sterben ist seine schuld oder die danach falle oder meine falle reiter noch weiter drauf rum das wird schon weh genug kein ding ist denn hier das der hinweis scheiße das kann ich hier gerade aktualisiert wo müssen wir den jetzt auch bald gesagt dann ist doch mal romantisch die wollte ich gar nicht die teure sparks boni verschwendet das bin ich sehr einfach mit einem schuss weggeflext das passt bin ich nicht gut ohne sind und da ist auch noch eine information immer sind die brennende arzgeier die wenn die auf die zukunft kommen nicht drauf schießen weil die sind weg zu dir immer ist nur mit stumpfen gegenständen oder die munition nicht so gut links hund wie kann ich markieren linke mittlere maustaste ich glaube da ist schon mehr bei unserem boss vielleicht sollten wir jetzt die bisschen leiser getötet ok hier bin ich gesehen die verdammten krähen scheiß geier das environment ist maximal belastend ich will die ganze mit md karte öffnen oh hier war aber schon wer ja da oben läuft einer lang da habe ich einmal erwischt hinterm stein da er ist tot also einer ist tot ich weiß nicht eventuell habe ich da im fenster was gesehen nee der ist noch da hinten am stein aber das ist ein maid ist da eventuell habe ich hier in dem haus einen gesehen da bin ich mir aber nicht so sicher fuck ich war zu dicht dran ich habe ihn einmal eine gewichst aber oh jetzt findet an der sack ich wollte von hinten ran mein körper brennt das hörte sich tot an ja noch einer tot ich weiß ja nicht ob es zwei oder drei waren ich glaube hier sind noch schritte gewesen gerade kann ich da hinwerfen ja da ist noch einer ja ist da hinter der felsnadel geht weiter nach rechts bei meinem körper ist einer da habe ich neben habe ich ihn gesehen irgendwo hier an dem schuppen ich will die leute von denen anzünden aber ich traue mich nicht drüber zu laufen weil da vor mir so ein wassergeist der mir von unten in die eier beißt hab ihn ich weiß noch nicht ob er das war halt ob der da war ich weiß noch nicht ob er ob das der letzte jetzt war es könnte sein dass hier hinten noch irgendwo einer rumturnt wo bist du ich bin hier oben rechts von dir im haus quasi oben am fenster und jetzt mal ausraum ich sehe nichts was sich bewegt meinst du ich soll dir anzünden nö noch nicht ok also hier ist für den wunderst gleich jetzt mal Andy holen würde ich sagen dann können wir immer noch anzünden ja entschuldigen ansonsten bist du letzte mal ok weil wenn du da jetzt kann gesehen dass dann war dann erst da vorne bin ich ja mal gespannt ja da kommt die cpd wieder durch so die andere bau und die ist noch im compound okay gehe ich doch auch mal raus und werde wahrscheinlich gleich vom dritten man irgendwo weggefickt ich will nicht lügen ich würde lachen hier liegen noch drei mit waffen angucken soll nicht geht so wenn sie trotzdem an aus prinzip erst mal hier das kann ich loswerden so die spritze reinjagen ihr könnt ja schon mal zum boss gehen und den machen bist du bereit wo die blitze sind ne wir müssen richtung nordwesten zu unserem buch so unsere bounty ist im nordwesten noch die spinne und da die andere und da die andere bau und die auch gerade noch im kampf hat ist es wahrscheinlich dass da kein anderes team ist die kleine spinne ich bin die spinne ich habe leider keine haftbombe dabei ob es das war meine ja und ich habe nur brandbomben dabei also mal gefördert es ist jetzt noch eine angezündet habe ich dann dabei ich habe erstickungs bombe brandbombe ja genau was ist denn hier los ja was ist denn hier alles mit pve gedönst los und alle deinen arsch oh der ist rot der boss ist rot hier ist doch wer hier ist ein gegner oh nö du dreckst armort das waren immer überhaupt nicht laut nein aber ich bin da ist ja noch nicht tot also er ist ja immer mehr die frage ist nur wo bitte kommen wir nicht rein immer und bitte kommen wir nicht reißen happy meal du bist hier in dem kran artigen gedöns das ist nicht hier war ein gewand drin ach schade shit oh nemo ich krieg echt fußpilz gerade ok dann gucken wir mal wo sie sind ich geh mal hier diese kohleschippe hoch oh da vorsichtig das hören die nämlich so ein mist ich bin tot macht kein scheiß gegen gegner oder immer wegen einem scheiß immer ich bin nicht tot aber zu kotzen hier ist heilung in der heilung liegt es nicht ich gehe an dem verkohlten der ist natürlich ärgerlich jetzt haben wir mal kurz gucken oh die andere bounty kommt auch alter von wo? aus dem süden aus dem süden das ist aber mein arsch das ist schlecht das ist maximal schlecht ist gerade ein weeping wart ihr das? nein nein ich vermute daraus aber ich bin mir nicht sicher so weit wäre das glas kaputt oder? möglich guck mal macht die bounty kommt näher ist ja die frage ey das ist wagt man jetzt der war in dem fenster war da das könnte sein du musst dir abkleiden die geben mir um den keks oh ich glaube die blitze ich glaube die bounty ist da ja bounty ist da irgendwo da so südosten irgendwo irgendwo wo wo Das wäre jetzt der Moment zum Schleichen. Können wir noch weiter schleichen, außer ducken? Ne. Da, ich sehe ihn. Okay. Ja, ich fliege auch ein. Da sind zwei. Das ist der Dreck an der Sparks, nach jedem Schuss nachladen. Oh, da fliegt Quatsch. Oh, da fliegt Quatsch. Ich habe einen einmal getroffen. Einer ist auch gestorben. Oh. Wer hat da Feuer geworfen? Ich. Okay. Nice. Down. Geht gar nichts, ey. Jetzt sehe ich nichts mehr wegen dem Feuer, scheiße. Links. Da habe ich irgendwo einen Schuss, ne? Hier liegen zwei. Einer im Nordosten. Sonst nichts. Das könnte der sein, der bei der Spinne war. Hier oben. So, ich brauche erstmal aus hier. Guck mir diese Kunden wieder. War jetzt der noch hier oder ist der weiter gegangen? Ist weg, ist weg, ist weg. Ich sehe ihn nicht mehr. Auch nicht in der Schattensicht. Ja, der guckt jetzt kurz zum Ausgang. Zum Ausgang dann blitzt es. Das war bestimmt der Einzelne, der die Spinne hier gemacht hat. Oh, ich habe eine Trophäe aufgenommen. Oh, nice. Ah. Guck mal mit Bounty raus. Habt ihr beide zwei Bounties? Ich habe, ne. Der andere hat jeweils eine. Der ist der Sodospieler. Achso, ich dachte mal rot und blau. Äh, ne. Weiß und blau. Ich hatte irgendwas. Wo ist denn die Hive dazu? Kann ich sagen. Ich weiß nicht, wo der... Ja, dann kommen wir auch zum Ausgang, wa? Richtung Nordost. Warte, müsst ihr nicht aber... Ah, ne. Hast du die... Du hast die Spinne genommen, gell? Die andere. Äh, ich habe die Butcher-Trophäe. Ich bin der Weiße. Ich habe die... Ich habe die von den beiden toten Spielern, die da liegen genommen. Da müsste jetzt hier noch eine drin sein von der Spinne? Ne, die hat ja der Solo mitgenommen. So. Der Solo hat pro Bounty mitgenommen. Jo. Würde ich sagen. Das ist der nächste Ausgang. Und wo hast du denn her, Andy? Die lag da. Ich bin rein und der lag da. Genau. Er hat sie noch von der Spinne. Alles klar. Ich dachte, der wäre nur bei dir, der Pimmelfisch. Ne? Der hat mich auch ordentlich angepimmelt. Denk dran, die kommen wieder. Nicht raus aus dem Wasser. Ne, du bist da nicht sicher, wo ich war. Ja. Na, guck. Gibt es eigentlich Team-Kill? Äh, irgendwann ja. Ich probiere es nicht. Da wäre ich doch zwei Leute die ganze Runde. Ich glaube, ja. So, was haben wir denn hier? Fünf Jäger. Hö? Küke Memo. Das ist ja fünf Jäger platt gemacht. Ja, dann Teammitglied, dieser Jäger, dann Teammitglied. Oh ne, einen habe ich doch gekillt. Wann denn das? Ach doch, klar, im ersten Compound da oben. Als Andy da auf der Straße lag. Ja, da war ja auch noch was stimmt. Belohnung erhalten.